Best of Sturm der Liebe Tag vom... Best of Sturm... Outtakes. Hallo, hier ist die Christine Barlock und was ihr hinter mir seht, ist der Sturm-Tag... Sturm-Tag, der Sturm der Liebe... Ich glaube, das muss ich nochmal sagen, kann es sein? Der Sturm-Tag? Okay. Und jetzt seht ihr den Zusammenschnitt von... Ich muss jetzt anfangen? Okay. Hallo Freunde, Alexander Milz hier. Ihr seht jetzt eine Zusammenfassung von Szene München... Fan-Tag einfach... Wieso funktioniert das nie? Hi, Florian Frohwein hier, Fan-Tag 2018 in München, live in München TV. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, ein paar wunderschöne Ausschnitte aus... Nein, Wunder-Ausschnitte. Der Sturm der Liebe Fan-Tag. Die Massen sind gerade alle beim Autogramm-Schreiben. Und jetzt kommt aber ein Beitrag über... Ich brauche vorgeschriebene Texte, sonst wird das gar nichts. Vor allem die Massen sind gerade beim Autogramm-Schreiben. Das ist eine wirklich wichtige Information. Gleich noch einmal. Achso, das Bitte fehlt, mein Lieber. Bitte? Es ist atemberaubend. Und die besten Szenen seht ihr jetzt auf München TV. War das richtig? Ich zähle das jetzt genauso auf, ganz sachlich. Also, hello Freunde, Alexander Milz hier. Ihr seid jetzt bei München TV, oder was soll ich da noch was sagen? Best of Sturm der Liebe Tag, oder was sag ich da? Ihr seht vielleicht, das ist im Text Lernen. Nein, was sag ich? Servus TV. Servus München TV. Servus München TV. Alex Onken, habe ich mir gemerkt. Den Rest habe ich vergessen. Hallo, mein Name ist Desiree. Ihr seid doch ehrlich. Ich gehe. Ihr macht mich nervös. Was ist denn Szene TV? Wieso heißt die Sendung? Ihr guckt hier live gerade von Szene München, München TV mit Alex Onken. Danke dir. Super. Aber bei Szene München? In der Szene München. Ja. Hallo, ich bin Desiree von Delft und auf dem Sturm der Liebe Fan-Tag. Ich gehe. Ich kann das nicht. Und das Beste sind wir jetzt im München TV. Bei München TV. Faut es jetzt richtig? Und das Beste seht ihr jetzt in Szene München auf München TV. Perfekt. Vielen Dank. Ach so, das bitte fehlt, mein Lieber. Bitte. Hallo, ihr lieben Stürmer und Stürmerinnen. Ich bin Isabel Ege. Ich spiele die Jessica Broncos. Wir sind heute hier auf dem Fan-Tag und haben so viel Spaß. Und es ist so schön, dass ihr alle gekommen seid. Und das Beste von heute seht ihr jetzt in der Szene München auf München TV. Viel Spaß. Wow, One-Tag. Perfekt. Bis zum nächsten Mal.